Hallo, herzlich willkommen zurück bei Warhammer Online Age of Reconning in der Version Return to Reconning auf den Privat-Servern. Kam leider eine Zeit lang von mir nichts mehr. Das hatte ich in den letzten drei, vier Folgen, die ich aufgenommen hatte, die ich aber nicht benutzen konnte, schon erklärt. In der letzten Folge, die ich hochgeladen hatte, da fehlte ja der In-Game-Sound, wie man ja mitbekommen hat. Und ja, die letzten vier Aufnahmen oder drei oder vier Aufnahmen, da funktionierte die Videodatei auch gar nicht. Ich hoffe jetzt, dass ich das jetzt mal wieder nicht umsonst alles hier quatsche und aufnehme. Denn mittlerweile habe ich Level 7 in der Gilde Wallaumorghulis und ja, das habt ihr alles natürlich alle verpasst. Ich hatte auch hier die erste hier Public Quest gemacht. Alleine, war ja keiner da. Ja, und hier die letzten Quest im Anfangsgebiet halt gemacht, dann musste ich mich hier unten durchschlagen. Und naja, kann ich leider alles nicht zeigen, hatte ich ja schon erledigt jetzt. Mittlerweile sind wir dann hier, in dieser kleinen Red Hammer, gar nicht so hier, keine Ahnung. Na ja, jetzt müssen wir uns hier weiter ballern und hier geht schon die Quest ins nächste Gebiet, wird uns gezeigt, dass wir da weitermachen müssen. Worum geht's denn da? Speak to Bruni Bitterstone, alles klar. Hier, Rune of Preservation Hammered. Sollen wir das machen? Dann machen wir das auch als erstes Mal. Die sind hier schon ein bisschen stärker, die Gegner. Ich habe mittlerweile hier auch so einen, ich weiß nicht, ob ich in der letzten Folge, die ich gezeigt habe, oder hochgeladen habe, auch schon hatte. Ja, ich glaube schon hatte ich den Buff. Hier habe ich mittlerweile einen Buff, der mich über 220 Schaden hinweg, also auf 10 Minuten, 10 Sekunden, 10 Minuten, 10 Sekunden verteilt, geschützt. Und zum Schluss dann nochmal Heilung zurückgibt. Das ist so ein AOE-Schaden. Macht nicht viel, aber immerhin. Ja, das ist das, was jetzt so kam. Hier kann ich noch die Gegner ein bisschen, den musste ich auch töten. Grug da Big Gun. Ja, das ist alles halt leider jetzt, äh, ad acta. Da kann ich leider alles nicht mehr zeigen. Aber, ähm, ich hoffe, dass die Folge wenigstens funktioniert und ich hier mal ein bisschen jetzt, äh, was hochladen kann. Wie gesagt, das war nur Probleme, nur Ärger. In der, in der Höhle war ich zwar auch schon drin, aber anscheinend, was soll ich denn hier machen? Äh, find Trunker, Grimms & Tom, also jajaja, hammer the rune of motivation into it and then speak to their wake is good. Achso, ich soll hier irgendwo was rein? Hämmern. Äh, ist das jetzt hier irgendwo sein komisches Ding, oder muss ich dafür, wird hier nur gezeigt, dass der Eingang in die Höhle da ist. Das ist ja manchmal hier bei, äh, Warhammer, ich weiß nicht, ob es an der, äh, Privat-Server-Version liegt, aber es ist ja immer nicht so ganz schlüssig hier, was, äh, gemacht werden soll. Ah, nein, Moment, da fällt mir ein, da war was, da war was, da war ein Grab. Das Dumme ist daran gewesen, ich hab das ja hier in der, ähm, wer ist die Scheiße hier, in der, äh, ähm, Public Quest, ja auch schon erledigt, dummerweise. Hatte dann die Quest dafür aber anscheinend noch nicht, jetzt muss ich wieder zurück, das ist ja dumm. Naja, aber das Gute ist, ich muss ja eh um noch meinen, äh, Einfluss, äh, auch hochballern. Oh, warum ruckelt das jetzt schon wieder? Das verstehe ich manchmal. Naja, gut, vielleicht weil es vom Privat-Server kommt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es trotzdem nervig. Was halten die denn aus? Sie sind Level 4 verfickte Pisse, Mann. Wollen wir mal Dings hier anmachen. So, es haben wir jetzt mal richtig einen raus, da. Also toll. Ach, da lebt er noch, die kleine Sau. So, wenn ich nämlich jetzt hier hinten... Ach, halt, ich lebe euch da kotzig. Ich könnte kotzen, Leute. Wenn die wenigstens schnell down gehen würden, ja, dass du dich hier nicht stundenlang mit diesen Penissen befassen musst. Aber das ist ja auch relativ, äh, öde. Also, die haben ganz gewaltig angezogen in der Stärke, muss ich sagen. So, da unten ist es irgendwo. Da ist irgendwo... Da! Äh, die, das Pile of Coal. Ja, halt doch den Mund, geh weg. Ich hübsche mal hier einfach runter und versuche... Wenig... Ah, toll. Also, das können wir mal ein Aue versuchen. Rümms! Ach, ne, dann nicht. Los, kommst du hier hin. Rümms! Ja, so viel ist es nicht. Aber better than nothing war. Schon mal ein bisschen hier. Ah, ne, muss ich auch noch anmachen. Ich fände gerade ein. Ja, jetzt ist es zu spät. Ich bin aber auch ein dummer Wichser. So, da. Grimmsen, hier. Grimmsen, Stomped, Tomb. Kriegen wir mal an. So, haben wir es getan. Siehste, fertig. Ach, mit ihm muss ich hin. Da ist er ja. Tronky Grimmsen, Wimmsen. Wie immer. Macht Pause, lest es euch durch. Ich mach weiter. Ja, was willst du denn jetzt? Ähm, Failsafe, Lever, Activate, Activate. Activate, Activate! Ich kann ihn lesen. Ne, ne. So, was will er denn jetzt? Was, wo, wer, wie, wa? Was willst du denn? Hat er mich geschlagen, oder was ist hier los? Ich töte ihn nicht, bevor ich sage. Ja, du Ficker. Bist du der Gangster, oder was? Was soll ich jetzt machen? Schau die Nummer an. Jo, nix. So, wo ist das hier? Feind, ich muss mir das noch dran schauen. Oh, ist doch richtig. Genau, holen wir Dote hier. Ähm, Feind, Failsafe, Lever. Die, Leather, Near, Trunk, Ispump. Alles klar, soll in der Nähe sein. Behind's, ah, Elevator. Okay, der ist hier hinten. Komm mal ran hier, da kann ich der Typ umnutzen. Ich sehe die Punkte dafür aber nicht, ich habe ihn ziemlich viel abgenommen, aber interessiert diesen Arsch nicht. Mann, hier, mach dir klar, komm ran hier. Mach dir mal nützlich, du Fotze. Gott, gib mir das hier auf den Sack, ey, die haben ja hier ein Dings, ey, ein Respawn, das ist ja abartig. Und dann kriegst du die Viecher noch nicht mal richtig schön umgeballert, weißt du, das ist auch zum Kotzen. Ah, Mann, du Mäders. Und das alles machst du jetzt hier mal wieder und quatschst, so weiß ich, ob die Kacke überhaupt hochladbar ist. Ja, ob das wieder funktioniert. Guck mal hier. Da ist er auch. Den haben wir activated. Und now, mit wem helfen I to talk now? Was hier damit, ich quatsch mal einfach an. Bom, 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 bom. Dann soll ich report back to thinking outside the Red Hammer Pub. Alles klar, das muss ich dann wieder hier oben machen. Jetzt irgendwo the Red Hammer Pub da. Ähm, dann machen wir erstmal das weiter, würde ich sagen. Ah, mal gucken, ey. Wir werden erstmal, erstmal müssen wir raus hier. So geht das los. Und das am besten, ohne hier lange im Kämpfen zu müssen. Mal gucken, was wir hinkriegen. Und weg hier. Heil dich doch hoch mit deinem... Was ist denn das für ein scheiß Heilpip, den ich hab hier? Mann, no meter, ey. Das ist doch kein Heal. Das ist, wenn du ein Schlupfen hast und dir mit dem Taschentuch die Nase putzt. Da kriegst du auch 111 zurück. Ja, das... 1.000... Ey, guck mal hier. Der 10% heilt der Zauber. Super. Jetzt soll ich ihn damit hochheilen. Lachen wir doch aus im BG. Okay. So. Ach. Ich bin auch dumm. Holen wir nochmal unser hässliches Pferd raus. Aber besser so ein Pferd, als laufen müssen. So wie ich es die ganze Zeit dumm war. Fick dich, du Fack-Squick-Man, ey. Auf den Spieß mit dir, du Nutte. Ist das ein Hurensohn, ey. Level fucking... Ich fick dich, Alter. Ich bin hier fertig, bin, ey. Weißt du auch mal, auch nicht mehr. Warte, boah. Missgeburt, ey. Fuck you. Ich hasse dich. Der ist so viel Aggression in mir aus, die ich gar nicht befriedigen kann. So. Da vorne ist die kleine Pinze. Oh, guck mal, der hat einen Helikopter, die Sau. Oder einen Gyrokopter, einen Gyros-Kopter. Ja, da ruckeln wir uns mal nach oben. Ja, danke. Ich nehme jetzt auch die Quels on. Was willst du jetzt von uns? Chunk of Ore. Bloß nicht wieder in der gleichen... Alles klar, danke. Wir können jetzt weiter nach oben. Das ist gut. Wenn wir denn da einfach so durchkommen. Ich weiß ja nicht, die Schienen hat es da hingerafft. Jetzt weiß ich nicht, wie wir hätten durchstarten können. Level Up ist auch bald drinne. Da hätten kommen wir zum nächsten Public Quest. Ja, die sind auch krass. Die Sun-irgendwas. Ja, bloody Sun-Scavenger. Ey, was die mich weggeräuscht haben, ja, das ist nicht normal. Wirklich, ey. Ich glaube, da stehen ein paar ineinander drin oder sowas war das irgendwie, ey. PENG! Mist, Sau. Dann siehst du, da steht der andere auch in dem drinne. Das heißt, du greifst einen an und weißt im Endeffekt nicht, wie viele du angreifst. Ja, totale Scheiße, sage ich euch. Also, das, äh, das weißt du auch nicht. Aber auch der falsche Zauber. Da, guckt es euch an, ey. So, das war ein Kampf. Guckt euch mal da vorne. Wollen die mich verarschen? Guckt euch das an. Da! Überall. Jedes Mal fünf ineinander oder was? Und wenn ich mit denen fertig bin, ist der erste gleich wieder respawn. Alter, ihr habt doch gelitten, ey. Seid ihr irgendwie behindert oder sowas? Was hättet ihr denn für scheiß Ficker? Alter, das ist doch nicht wahr. Alles schön und gut hier, ja. Ein bisschen fordern und sowas. Können wir gerne, danke. Aber, ich muss auch trotzdem noch Chancen haben. So, Level up. Danke, dass ich keine Lebenspunkte dafür zurückkriege. Auch okay. Mach du mal weiter. So, jetzt habe ich den Todes. Da ist er wieder. Sind die das nicht? Die Schweine ineinander, diese Ficker? Wie soll ich das denn machen? Ich habe einfach nicht mehr... Ach, das sind auch noch drei ineinander. Supi, ihr Spinner. Was ist denn das für eine Scheiße? Wo hat hier alles liegt? Ja? Ach, die haben das Chunk of Ore immerhin. So ein Penis-Balk, ey. Soll ich denn das hin... Äh, wie soll ich denn das machen? Guckt euch das an! Ich hau den jetzt mal weg. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das denn für eine Scheiße? Aha. Jetzt ist aber hier, äh, Holland in Not. Jetzt habe ich nichts mehr. Was ist denn das für eine Scheiße? Habe ich noch nicht mal mehr Zauberenergie hier? Manometer, Peter. Was ist das denn für eine Scheiße? Aha. Heilung. Wirklich nur, dass ich es nicht nutzen kann. Guckt's euch an! Das ist doch nicht normal. Da kann ich mich wieder nicht angreifen. Ist doch da jetzt. Ist er da hinten noch? Keiner Spinner. Ja, super! Das schwapptet noch, ja. Schlampe. Gott, oh Gott. Da. Was ist mit dem los? Ach, du bist doch eine Nutte, ey. Wir spawnen jetzt schon wieder. Was ist das denn? Ey, jetzt ist alles schon gut. Da muss keiner lange warten. Aber ich komme auch nicht mehr hier leben. Draus! Einmal drinne und dann bist du für immer hier drin, oder wie? Ja, Alter, ey. Dieser kleine Pimp, weißt du. Jetzt gib mir das letzte Ding. Danke. Boah, Alter. Schnell weg hier, ey. Gebe ich die Quest mal lieber schnell ab. Ach so, gebe ich da doch nicht ab. Okay. Oder doch? Ich versuch's einfach mal. Das ist auch mal Demo gemacht. Also, die hätten wir wirklich das dann so machen sollen, dass das dann wieder ange... Also, wenn sie dir schon zeigen, wo du hin musst auf der Karte, dann sollen sie auch zeigen, wo du wieder zurück musst, wenn du sie fertig hast. Also, das ist irgendwie ein bisschen halbherzig nur umgesetzt, muss ich mal sagen. Nö So Weg mit dem Scheiß Ja, ja Was haben wir jetzt jetzt die nächste Quest? Geht das weiter hier, oder was? Speak to old Resenfist Machen wir aber erst in der nächsten Folge Ich hoffe, die Folge konnte ich hochladen Und ich hoffe, es hat euch gefallen Schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein Ich werde ein bisschen mit dem jetzt weiterzocken Das muss ich dazu auch nochmal sagen Das habe ich ja das letzte Mal nicht gesagt Habe ich das letzte Mal gesagt, aber das konnte ich ja nicht hochladen Und ich wollte mit dem mal ein bisschen so BGs machen und sowas alles Dass ich endlich mal einen weiterbekomme und nicht immer nur die Anfangsgebiete zeige Also wisst ihr Bescheid Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr wieder Bock drauf habt Haut rein, tschö